Und das werden wir tun hier in Team Fortress 2. Mit mir dabei ist der Dominik. Ich heiße euch willkommen. Ich spiele hier als... Ja, spiele hier als Billion und wer zittert da schon wieder runter? Ah, hier! Bin ich da. Ja, Pay to Win, Noob, ey. Schon wieder. 1 Euro ausgegeben, tschüss. 2 zu 0, das ist echt so. Wenn du mal im Markt schaust, das ist voll die Abzocke im Spiel, wenn du da ins Geschäft gehst, oder wie es auch heißt. Das hast du für jedes Eintrum so 10 Euro oder 5 Euro und da habe ich es für 10 Cent bekommen. Naja. So. 5, 4, 3, 2, 1. Lalalalalala. Lalalalalala. Bin ich da. Shit. In... 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 Du! Werde verfolgt. Jetzt werde ich... Das ist aber nicht nett. Kannst mal aufhören. Da komme ich nicht hoch, alles klar. Genau. So unfair. Ich weiß nicht, wo du bist. Du schießt einfach mal in der Gegend rum, habe ich gehört. Bin ich da? Gar nicht. Aber wieso habe ich jetzt einen Punkt bekommen? Cool. Naja, wie ihr seht, ich versuche es hier gerade als Spion. Und ja, es funktioniert super, ja. Ach egal. Bleiben wir dabei. Oh, jetzt kommt Olli ins Spiel. So ein Noob. Noob. Äh. Und jetzt schreibt er mich an. Ja. Nicht reagieren. Ich finde es auch Spion. Ich finde es auch Spion. Ich finde es auch Spion, ne? Ich sehe es. Äh. Äh. Wo bist du? Wo bist du? Tschüssi. Geil. Alter One-Shot. Das war gekonnt. Echt? Wirklich doch nicht so schnell. Treffst du gar nicht. Was? Äh. Nein. Es ist gar nicht gelass. Es ist gar nicht verbunden. Lass mich. Nein, lass ich dich. Verdammt, ihr solltet Elektrosubdog grad gewählt, ey, das gibt's doch gar nichts. Uhr! Ich hab eine Uhr! Ich hab eine Uhr! Ich hab mich grad voll erschrocken. Ich hab noch gar nicht gerechnet, dass... Kann ich Oli hinzufügen? Ja, 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 ja. Okay. Oh Gott. Wenn er bei TF nicht abschmieden würde. Du zu... Hallo? Wir machen grad Aufnahme. Willkommen! Du kannst uns gerne noch bejoin. Seid ihr grad in der Aufnahme, oder? Nein, 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 ich tu nur so. Ach so. Ja, ich join mich. Und Oli war außer dein Alien Cop von Alien Isolation, der ist auch nur für Halloween oder Vollmond. da ich hör hier Wasser du hast ja einen neuen Typen in deinem Team der soll gut sein, hab ich gehört ne ich nicht echt? du läufst da unten als der weiße rum das ist echt das ist echt armselig das ist ziemlich armselig das musst du schon sagen ja oh mein Gott was will ich denn machen? nein komm her scheiße hast du nicht gedacht, dass ich doch um die andere Leute komm, ich stell mich mal hier und nehm mal hier diesen Sprünft rein sie hat doch ein Spotkiller Messer so ein Noob so ein Noob wer ist eigentlich in welchem Team? achso, ich bin rot, geh rüber, genau guck mal meine Medaillen schon auf Tab an ja 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 guck ok, jetzt kann ich mich unsichtbar machen ok, jetzt kann ich mich unsichtbar machen boah, hab ich lange TF2 nicht mehr gespielt jetzt kann ich mich unsichtbar machen ja, zu viel Dota auch immer deine Krachheit die ganze Steuerung, ne da bist du ich habe dich gesehen du kleiner Schabracke so geil einfach nur die ganze Zeit gesetzt werden so ja genau, man hört's auch noch, mann ok man sieht es, dann kann ich den Punkt nämlich nicht mehr einnehmen wenn du da mit drin stehst daran haben wir es gesehen ja, ja ich bin OP, ey oh, wieso spawn ich neu? das war so blöd, ich hatte gerade so eine schöne glitzernde... wie sieht einfach schön aus mit deinem Kopf ja ich bin der beste Spy hier mit meinem 5 Euro Outfit Gott der nur bis Dings hält nein, tut er nicht mein ganzes Outfit nicht das wissen oben auf dem Dach und Oliver, auf dem Server geht's halt trotzdem, gell? ey, was? nee, du weißt schon die Halloween-Items gehen auf den Server weil ich kann's auch für Scout hernehmen da, fick dich! na hin, na hin ey, was sagt dir? halt ihn, ich erschicke noch vor dir! ja, Oliver, du bist so ein Noobner mit deinem Alien-Kopf, der sieht eh voll hässlich aus einer, was willst du jetzt? ey, Team 3 zu 0 jetzt Oliver, du weißt, womit ich jetzt kommen muss sag nicht, du kommst mit Heli nein, gib mir Viscos äh äh Elta ok, jetzt kriegst du, jetzt kriegst du, Oliver jetzt kriegst du nee, jetzt gehst du ich mein, jetzt kommt der Oktopus jetzt kommt der Oktopus jetzt kommt der Oktopus ja, toll ja, toll noob Nagenschuss jetzt komm ich, jetzt komm ich mit Pyro, ja Spaß na, wo bist du? oh, da gibt's ja auch Voice-Shit cool cool ja, es ist schön, dich doppelt zu hören ich weiß, ich weiß jetzt hör doch mal auf jetzt hör doch mal auf warum warum schau was ich hab Majochi 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 ja, wo ist denn unser Freund ja, wo ist denn unser Freund es ist echt traurig ne, es ist nicht traurig es ist traurig es ist traurig, mein oh scheiße, ich bin grad voll an dir vorbeigerannt dein Ernst, das ist so was, was bist du, Alter ich fliege, hey, wieso fliege ich? weil du scheiße bist kannst du fliegen? ach du hast ich fliege, boi du hast irgendwie so ein, äh wie heißt das scheiß Ding denn auf dem Fallschirm? ja, ja Fallschirm, ich, 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 ich konnte das irgendwie nicht mehr runter vom Fallschirm naja du hast Langeweile, oder? ja 1 fight to the death shall we der Chirurg kommt ja ja, es ist total schlau, wenn du hinter mir herläufst ja das tarnt mich voll aber so wichtig oh mein Gott er hat Sniper jetzt hör doch mal auf hinter mir her zu rennen ich kann mich zum überhaupt nicht da an ist nicht da, ist nicht da wo ist der Typ? wo ist der Typ? ich find die nicht Aua, jetzt hab ich mir euren Fuß angeknackt, na es tut auch weh hallo du du hast die Pisser hey, du hast die Pisser hey, wo ist der, wo ist der? ich find die nicht oh, der Ambassado ja, schön wirklich sehr cool nehm ich mal den jetzt seid mal leiser hinterher ok, Peter ich komm mich gar nicht mehr zu was? nix der Peter was? ich hab grade mit Peter ausgeholt ja, Peter scheiße gibst du? Peter kann nix Peter bist du? ich hab euch gefällt diese Runde ich wollte halt eigentlich nur verzeigen, letztens hatten wir nur eine ganz litte Runde da haben wir aber leider nicht aufgenommen weil Dommys ähm Mikrofon nicht aufgeladen hat das hat sich aufgeladen ich hab grad vermuten ah, der Alienkopf sieht cool aus, das Gewicht zu irgendwie irgendwie ist gar nicht hier, wo ist er denn? meine Ahnung meine Ahnung, meine Ahnung, meine Ahnung ok schade naja, da hatten wir eine ganz witzige Runde mit Spion und deswegen weil ich mir gedacht, ich nehme hier das nochmal auf und spiele halt, jeder als Bayern versuche ich halt von hinten anzuschleichen ja gentleman gentleman, ja 5 4 3 4 4 5 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 6 9 10 10 10 Ein Noob im Kettenhemd. Immer noch ein Noob. Ja und das macht ja jetzt keinen Sinn. Willst du denn? Hallo? Nein! Schlicht. Aber mein Octopus-Kopf ist cool, gibst du? Hey, jetzt steht 7 nur für dich? Was? Ja, das ist halt so. Wenn man eingenommen hat, ist das halt so. Ja, okay. Ja, muss ich nicht verstehen. Dein Ernst? Okay, ich decke dich. Ich hab's gehört. Nach Beginn dieser Runde können die nicht mehr wissen. Aua. Ich glaub, du brennst ein bisschen. Der kostet 10 Euro. Boah, Alter, dieser Scheiß-Pay-To-Win-Noob, ey. Hey, ich hab schon 5 Cent bekommen, chill. Trotzdem. Hey, wie lange brenne ich? Wie lange brenne ich wegen dem? Er ist halt okay. Boah, voll dies. Bin ich da, bin ich da. Siehst du mich, wenn ich brenne? Ja. Aber ich tarne mich. Du kannst mich gar nicht sehen. Haha. Oh Gott. Wir sind mit einer Bot-Killer, ja, ja. Warte mal. Ach ja, ich hätte so 4, 5 Flammenwerfer mit der Bot-Killer-Sachen unten dran. Warte, ich will meinen Charakter wechseln. Oli, du brauchst nicht zufällig sowas, oder? Was? Ich darf keine Engineering nehmen, ey. Ja, irgendwie, ähm, so Waffen oder so. Braust du nicht, oder? Nee, brauchst du nicht. Wieso nicht? Okay, du brauchst es nicht. Okay, wenn du nicht willst, du kriegst nichts. Alles klar, ich kriegst du dich links. Aber wir sagen ihm nichts. Oli, wo ist denn? Hä? Wie ist uns? Hä? Wie ist uns? Wir haben ihn... Wir haben ihn eingekesselt und... Hä? Ihr seid zu uns oben, ne? Du begrenzt ein bisschen. Ja, halt. Vielleicht ist das so unsichtbar. Ja, ja, so unsichtbar. Vielleicht ist das auch mal ein Neuer. Haha. Ihr seid beide zwei, ne? Ich schimpel mich. Wo sind wir hin? Vielleicht ist das zwei. Vielleicht ist das Manuel Neuer. Ja, er ist... Da unten läuft er! Ist er in! Fall drauf! Ich hab den Treppen nicht einmal, aber ich sieh's trotzdem. Was? Brenn! Brenne! 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 Wieso treff ich denn nicht? Was? Weil er eingenommen hat, alter. Nur wegen dem Einnehmen. Hammer. Also, das war's für... ...diese Folge von Team Fortress. Eventuell kommt irgendwann mal wieder was Neues. Ich verabsehe mich bis dahin. Ich denke, das kommt doch von euch. Nö! Von uns! Wir sagten Tschüss! Tschüss! Du bist das Arschlich alles. Du bist du so mit. Ok. Ein Hornpull. Ein Hornpull. Deine Tja.